So, guten Abend, liebe Leute, bei Black Ops 2 und, ähm, ja, wir haben hier den Pizocker. Moin moin. Und, ähm, ja, ihr habt schon gesehen, ich bin Level 11. Äh, lahm Arsch, ey. Ja, ich hab das Spiel lange Zeit nicht gespielt, äh, lange Zeit ist gut, ähm, ja. Ja, eigentlich war man meine Lieblingswaffe, die Typ 25, aber, pfff, ich bin so ein bisschen aus der Übung, wenn ich ehrlich sein muss. Hast du die M720 schon freigestaltet? Ich hab so gut wie gar keine Waffen freigestaltet. Ja, wenn du am Anfang hast, würde ich dir empfehlen, die M3 zu nehmen, wenn du aus Ebung bist. Ja, okay. Ja, hab ich schnelles Magazin und, äh, schnell ziehgriff, dann dürfte ich eigentlich noch nicht. Ja, mach da eins mit. Punkteserie, Hunter-Killer, Vorräte, Blitzschlag. Ich hab' einen kurzen Drohne, Hunter-Killer, Konterdrohne. Äh, eigentlich will ich ihn überhaupt mit haben. Warthog. Ach, scheiße, so was hab ich auch noch nicht. Naja, ich nehm' Anti, ja, mein kleines Süßes wieder mit. So, äh, du hast ja hier die Befehlsgewalt über die Chains. Äh, äh, Standardspiel und machte, wir können Hijack jetzt spielen. Nuketown und Plus Hijack, naja, komm, das ist scheiße. Ja, Nuketown, Nuketown ist eigentlich echt gut, wie gesagt. Du darfst mal Herrschaftsspielen, oder? Ja, mir auch. Ist halt egal. Okay. Dort ist... Herrschafts. Na komm, such mal ein paar Spiele, du Spasti. Uh, geil, Raid! Ach, du Schöne. Ich mach das jetzt mal so, Hallela. Äh, nein. Alter, ihr Spasti ist nicht auf Jem. Ich hab keine Waffe für Jem. Wichser, Alter. Ich fülle euch alle. Okay. Oh, ja, nein. Ja, jetzt geh ich ab. Ach, du Scheiße. Nein. Ich muss dich ab dem Bild. Ich hab die Bilder nicht. Scheiße. Oh. Ja. Okay. Da sag ich jetzt mal nix zu, ne. Ich werd hier mal ein bisschen was zurechtrücken, so. Jetzt kommt es. Puh. So, wir haben jetzt nicht gespielt. Ich krieg so'n richtigen Raster an dem Ding, Alter. Deine Box hat Teile behindert. Nein, okay. Äh. Box ist behindert. So, jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los, Leute. Ach, bei dir schon. Ich wollt grad sagen, bei mir noch nicht. Du bist noch nicht. Lammarsch, bist du eigentlich? Hier steht warm auf Textur. Hier geht direkt Fettballerei ab und so. Bravo wird gesichert. Och, wie schön. Ah, ich wollt grad sagen. Oh Gott, ey. Er ist perfekte Kill gemacht. Kein Ding. Also, ganz ehrlich. Leute, ihr habt den Kill gesnackt. Leg. Wo, Alter, ist der Server am Leggen, Alter. So, weg mit dem. Ne, es geht. Alter, ist das ein Spaß. Ich hab grad meinen ersten Kill. Ich krieg gleich so'n Mittelschwein-Herz-Kollaps, ne. Aber ehrlich gesagt, muss ich, bin ich etwas überrascht, wie ich so spielen konnte. Ganz ehrlich, weil... Ja, renn über A-Seite, wenn die alle über B kommen. Verdammt. Ach ja, war ja rechtlich. Scheiße. Nice, so nüt... Ich hab Drohne. Drohne nähert sich. Ja, iss. Klar, du... Alter, was macht die denn, ja, Leute, alter? Lass euch doch nicht wegsnecken von dem Spaß, die, ey, der hat ne verfickte Vektor mit, ey. Das sind doch alle Scheiße. Nein, 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 nein. Die Witze, Alter, die kommen alle auf B. Komm ich mal helfen hier. Ich komm zu B, ja. Ich bin nicht so der Flotte im Moment hier. Habshot. Alter, ich muss mir ne andere Waffe nehmen. Ich muss mir ne andere Waffe nehmen, klar. so wie auf der märkte in personale und eine andere durchschnittlich etwas zu spüren spaß dies ja aber ich musste die bewegung ging es uns einstellen werden als er noch hat die die betreffend geblieben also ich hätte das unterstellen weil das ist mir dann doch ein bisschen so weit zum stand zu sieben ich hoffe ich habe nicht nein Nein. Boah, du kleine Homo-Faul. Das ist so ein Wichser, der Bastard. Okay, jetzt hol ich die M27 raus. Jetzt geht's los. Alter, ich hab... Nee, da sag ich jetzt nicht ein 1 zu 5. Einen von meinem verfickten Warthog hat er mich packt. Also, ähm... Vorprogrammiert sind definitiv schon mal Ausröster. Kann nicht sein, Alter. Mach den mal doch weg, ihr Wichser, Alter. Ihr seid zum Scheiße. Die Scheiße ist schon ewig nicht mehr gespielt. Der Homo-Faul hat uns gedacht, ich bin zu viel bleibt gemacht. Und ich muss sagen, äh... Ja, ich würd's mir gar nicht wagen, Ghost-Spiel. Weil, äh... Ja, genauso wie... Wie der Anruf von Commander bei dir. Ja, das ist so, Alter. Krieg ich nen Anruf, weil... Gerade aus Schülow hast du nen Anruf. Hallo. Zu geil, Alter. So, weg mit dir, du Hurensohn, Alter. Geil sein, Alter. Alter, ich bin so... So, Alter, er stand unter dir die ganze Zeit. Alter, ich krieg den grad nicht weggebracht. Nee, der ist... Der ist hier einfach, ähm... Bei mir hier von vorne gekommen, ne Knalle. Der hat nächste Klinik-Frasse gehauen. Alter, da stehen vier Leute. Naja, okay, ich geh die andere Seite. Ich glaub, ich werd das so machen, dass wir mehrere Spiele hintereinander machen, und das dann so teilen und so. Und wann die hochgeladen werden. Kann nicht sein, Alter. Kann nicht sein. Nicht doch, du Homo-Sau. Okay, so, ich steh 25 raus. Jetzt geht's los. Ich krieg grad keine Waffe, die hier ordentlich funktioniert auf der Wix-Map, ne? Boah, jetzt kämmten die auch noch, Alter. Was könnt ihr eigentlich hier? Es liegen nur in Kinder. Fotzen. Ich bin drauf. Ich bin... Ich war drauf. Ich hab ihn in den Kopf geschossen, und der fällt nicht um. Oh, der ist tot. Wo kämmt ihr denn alle, Alter? Boah, dieses Spiel, ey, das wird... Oh, welcher Wix hat eben Pegel zündet. Das kann ich dir nicht sagen, welcher Knaller das gemacht hat. Boah, ich krieg auf sie noch. Nein, 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 Mann, jetzt passt der gerade einmal nicht auf, weil so ein... Boah. Loll! Was? Alter, mit Tamalia. Boah, Alter, jetzt... Jetzt hol ich Nightrunner raus. So bad, aha. Dazu sag ich jetzt mal nix, ey. Ich hab ein 3 zu 12, ey, da kriegst du's kotzen, Alter. Ich hab ja... Das... Wie hat der mich gesehen, Alter? Der hat vorgeschossen. Der hat vorgezählt, der Spasti. Ne, du Hurensohn, du kriegst mich doch nicht damit jetzt. Du? Der hat schon wieder vorgezählt, der Wix-Map. Ich hab's nicht ernst, aber wir haben endlich wieder die Karte, ey, da... Boah. Halt deinen Maul, du Penner, danke. Kann nicht sein, Alter. Kann nicht sein. Was, ich lebe mich hier und warte, was ist das denn? Ey, nee, man sollte auch echt mal... ...nach oben gucken, ey. Das ist echt nicht normal. Oh, nee, hier fährt ein AGR rum, Alter. Fuck, fuck, fuck. Lauf, 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 lauf. Drei Stück im A-Haus dran. Drei verfickte Camper raus. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Guck mal, wir sind nur zu dritt gegen fünf, Alter. Ernsthaft, das ist doch nicht normal. Ja, das ist doch alles... Das sind doch voll die Hacker, die Spastis, ey. Guck mal, der zielt schon wieder vor der Bastard. Ja, ich bin letzter Tod, ey. Komm. Wir haben gewonnen. Boah, ihr seid so scheiße. Ne, ich bin doch nicht letzter Tod. Ich hab nur Glück gehabt hier. Ja, das ist doch nicht normal hier. Ne, mein Team Crite. Ne, man, to play. Erst mal die Fresse aufreißen. Wie sitzt du zu Crite? Das ist, das ist sowas von bescheuert, ja. Alter, ich hasse Herrschaft dafür, wa? Oh, ernsthaft. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab kein Problem, ich hab Skorpion dabei. Aber ich schüttel dich. Die Spray doch so gut. Ich nicht. Ja, dann hol dir die, Alter. Ach, ich wollte gerade sagen. So weit bin ich noch nicht. Ja, so gut ist sie auch nicht. Du kannst halt nicht zielen. Ja, ey. Ja, sicher. Ein Schuss und ich bin tot, ey. Ernsthaft. Alter, das spielt mir jetzt schon. Sack, Alter, ich will so ein Teamkin holen. Das ist... Dämliche Spatenkin. Hat's gut drauf, wenn du zu blocken. Das... Der hat einen Autosniper. Der verfickte Autosniper. Ich hab den mit's Gesicht gesprayt wie so ne brettliche Hure. Reicht's mir hier. Aber Kinder, MP7. Alter, warum stirbt der nicht? Das kann nicht sein, Alter. Der müsste... Der hat ne Hälfte vom Magazin geschluckt. Alter, der hat von mir einen Kopfschluss gekriegt und stirbt. Ey, ey, ey. Ernsthaft. Bye, guys. Komm, lass mal rausgehen, Alter. Na ja, warte, das machen wir jetzt noch zu Ende. Die drei Minuten. Ey, wir sind zu zweit. Ey, ernsthaft. Und ihr Wichser-Stipp. Was? Alter, ihr seid so Hurensöhne, ne? Alter, warte, hab ich ne Klasse, wo Tod und Stille drauf ist? Wo ist dieser Penner, Alter? Okay, jetzt bin ich Hardcore-Camper. Ich hab mir Sniper ausdrüßt und mit Geist und so ne Scheiße. Ey, was ist das für ne Scheiße? Das sind voll die Camper, ey. Ich bin jetzt ein Camper. Ich hab mich in die Ecke gehockt mit Ghost. Du, Kleiner. Mach das auch mal. Aua, Aua. Ach, Scheiße. Der hat mich gesehen, so ein Bastard. Ich weiß nicht. Ey, diese Kleinen. Vielleicht liegt's auch nur daran, dass ich dann spielen kann, aber... Aber... Boah, ich hasse dieses Schmier einfach so... Ja, immer von hinten, ey. Wenn ich nahe gerammelt werden will, dann sag ich das schon. Kannst du ja nächstes Mal bitte wegmachen. Alter, du Hurenkinder, Alter. Deine Mutter, ja. Aber deine Mutter ist ne richtige Fotze, ey. Weil ich ja nen Arsch gefickt hab, ey. Spaß dir, Alter. Das ist nicht normal, ey. Ich würde definitiv zensieren, ey. Unter 18, ja, nicht erlaubt, ja. Ja, genau. Was? Alter, wo kam der jetzt her? Ey, ein 6 zu 28, ey. Das ist doch... Ich spiel mit MG schon, Alter. Du willst mich verarschen, da fällt jetzt nicht grad wirklich ein AD. Das ist ein 8 zu 24, das ist das. Was hab ich jetzt gerade? Ach, 25 zu 8. 25 zu 8, du meinst wohl 8 zu 25. Ja, 8 zu 25, ja, ja, gib mich um den Dreck. Diese kleine Wichser, ey. Ja, ich hab ihn gecased, oh fuck. Mann. Ich bin die Scheiße. Hey, ist das zum Kotzen, ey. Boah, Alter, mich da im Durchsprayen war, Alter, geil. Ne. Du Wichser. Fick deinen Mutter. Und dann werd ich gemessert hier, das ist doch nicht normal. Ich hab's gesehen, Alter. Ne, 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 ne. Ja, und ich bin richtig geil mit dem MG grad. Da kommt der AGR. Ich bin gut, Alter. Ich bin richtig gut mit dem MG. Mann, du kommst hier noch nicht mal richtig durch, ey. Ja, klar kommst du auch nicht durch, du Spaß. Nein. Kleine Miststücke, ey. Ich brauch den Lüftjag, ich bin so voll Mongo. Boah, Alter, hab ich dem gegeben, ey. Der steht nicht mehr auf, ich schwör dir. Ja, hier haben wir auch einen. Der hat richtig, lass mal hinten kämpfen irgendwie, Alter. Ja. Hier sind die ganzen Team-Mets von uns, Alter. Irgendwie möchte ich das auch, wenn ich weiß, wo du bist. Ich bin bei A. Ich verteidige gerade Flagge A einfach so. Okay. Ach ja, hier. Guck mal hinter mir, ich guck nach vorne. Einfach das Gras legen, kein Ding. Ja, unsere Team-Mets machen das. Ja, das ist so hoch, um mich sehr 7 zu 32. Entweder kann ich nicht spielen, oder das ist echt so scheiße. Ja, die Typen, die sind einfach irgendwie voll am Hacken. Aber ich denke mal eher, dass ich nicht spielen kann. Das auch. Ah, schön, dass du mir zustimmst. Was willst du denn auch bei dem Spiel hier spielen, Alter? Hier gibt es nichts zu spielen. Komm, wir schießen jetzt hier die Bälle runter. Ey, komm! Kann doch nicht wahr sein. Ich bin echt gerade draufgegangen. Das war, Alter. Der hat von mir mindestens 30 Schuss gefressen, Alter. Alter, in der Kill-Kamp-Vonim habe ich noch nicht mal geschossen. Oh, Alter. Black Ops gibt mir so auch hart auf die Eier. Alter. Tja, Hurensohn, deine Mutter. Ich will das definitiv nicht mehr spielen, ne? Das ist... Kriegst du das Kotzen hier dran, ne? Na gut, kommt drauf an, wie man... Wie gut man spielt. Du bist rausgegangen. Ne, du bist rausgegangen. Ja, ich bin ein dran. Komm mal ran wieder. Na ja, ich muss erst mal hier raus aus dem Spiel. Shift und Tab. Pass auf, jetzt geht die PDW wieder drauf. Schall... Na Quatsch, nicht Schalldämpfernd. Laser-Visier und... Da-da. So, Alter, bin ich... Alter, ist so, ich muss jetzt mal gucken hier, was man hier noch ändern kann. Vieles. Sehr vieles muss man ändern. So, jetzt packe ich die A ein. Die A ein, lass ich jetzt weg. Ähm... Na doch, komm, ich packe die A habe ich gar nichts für, das ist ja scheiße. Wofür? Naja, für die... Die eine hier, warte. Nein. Bist du noch einmal aufnehmen? Ja, ja, für die S12. S12? Was ist denn S12? Warte, was? Schrofflinte. Achso, der Schrotze. Ich spiele nie mit Schrotze. Ja, aber bei solchen Maps muss er da einfach alles. Klasse 2, wie... Ach du Scheiße. Naja, gut, äh, Spielgewalt hast du. Lass mal irgendwas spielen, was, ähm... Team Deathmatch oder was? Ja. Oder das ohne zerstören. Ja, da kacke ich ja sofort ab, ey, aber... Kann man machen. Ich weiß nicht, musst du ja wissen, was du spielen willst. Ja, mach mal irgendwas Normales. Bodenkrieg, Team Deathmatch. Ja, komm hier, Team Deathmatch. Das ist... Mein Handy piepst die ganze Zeit, ich sollte das mal vielleicht machen. Ich hör's. Doppelt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich seh zwar nix, ich hab'n schwarzen Bildschirm. Ich auch. Das ist... Das ist... Das ist die Zahl von Skype, mehr seh' ich nur nicht. Ey. Oh Gott, wir kommen in ein Spiel ran, was wir verlieren, Alter. Wir kommen in ein Spiel ran, was wir verlieren. Ich komme in gar kein Spiel, wahrscheinlich. Oh doch. Bis am joinen. Das kann... Alter, was? 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 Ähm. Wann uns wird's gespawnt? Alter, hier sind auch so die über-powereden Bastarde drin, Alter. Wenn ich ehrlich bin, die Map kenne ich nicht. Hä? Wenn ich ehrlich bin, die kenne ich nicht. Das ist, äh... Ne, wie heißt die? Overflow, ne? Na, wie heißt die? Overflow. Overflow, ja. Ja, sicher. Sonst noch weiter, Alter. Na, ich hab' wenigstens einen Kill schonmal. Ich hab' noch gar keinen, Alter. Ich lauf' hinter dem mit meiner A ein, Alter. Ich hab' gerade recht, ich hab' die Eier am Schaukeln. Alter, das kann nicht sein, Alter. Nein, fuck. Kann nicht sein, Alter, wo die immer alle herkommen, die Spassi ist. Ja, der manchmal braucht Granaten, da kann's auch nix dafür. Gut, man kann ja aufpassen, aber... Ich hab' die nicht... Ich seh' hier gerade niemanden, Alter. Ich hab' immer Glück, dass ich die Wege laufen, wo die Spassi ist nicht langdorfen, war? Äh, bis jetzt bin ich auch noch nur einem begegnet. Alter, wie, der stirbt nicht, Alter. Ich hab' den... Geh' mir aus dem Weg, du... Boah, du bist so'n Hurensohn, Alter. Block mich doch nicht, du Spassi. Der wird aber nicht mehr da sein, aber... Ich hasse es, wenn Leute jemanden anders blocken, Alter. Mann! Kacknugel. Das kenn ich, das hab' ich früher auch leider mal gemacht. Aber auch nicht extra. Weißt du, jetzt kommen die alle über B und du ranst grad voll in meine Visier rein, kein Ding. Boah, deswegen spiel' ich Hardcore, Alter. Ich hasse den Typen nach dem Magazin nicht umfallen. Naja, ich versuch' schon gar nicht mehr so'n irgendwie... Alter, der hat von mir mindestens 20 Kugel geschluckt. Mindestens. Minderwertiger Bass hinter dir. Dort. Hab' ich gesehen. Ich sag' auch hinter dir und du drestest dich nicht um. Nein! Schon wieder von hinten, ne? Minderwertig, Alter, der hat mir grad so'n Stanzig in die Fresse getroffen. Nein, du stirbst, du Hurensohn. Dann nehm' ich dich mit, du Spassi. Alter, ich guck' nie nach rechts oder nach links. Das ist grade echt alle draufgegangen, oder? Du kannst nichts, du pass' auf mich leicht. Ja, klar. Doch nicht. MSMC, Alter, ich hasse diese Waffe sowas von, ne? Vollmonkelgeschoss und Wichs Schalldämpfer. Tja, ist halt so. Ne, du Wichser, du hast mich nicht grad angeschossen, oder? Ach, guck mal, hier ist ein Sniper. Wahrscheinlich. Oh, jetzt stehen wir alle hier oben, oder was? Boah, Leute, blockt mich doch nicht jedes Mal. Ja, ich bin auch tot. Das kann nicht sein. Ja, du hast mich auch geblockt, du Spassi. Och, das tut mir leid. Das kann nicht sein, ey. Na, Mann, da stehst du da mal, ja? Okay, 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 jetzt, jetzt hol ich ihn mal. Komisch muss. Ach, ich hab die PDW eingepackt, das ist natürliche Scheiße, jetzt hab ich keine Schnellfeuerwaffe. Aber? Ich bin sneaky on the way. Nein, das ist so normal, ey. Ach, der hat ne Skull dabei gehabt, richtig Scheiße bis Mitte, wa? Muss ich mal jetzt sagen, oder? Das geht ja noch. Oh, oh. Der hat schon AGR gezündet, der Spassi. Da ist irgendein fahrendes Ding. Ja, ein AGR, sagt sich doch gerade. Super, klasse. Das Ding fickt uns hart in den Arsch, muss ich mal ehrlich sagen. Das könnt Gen-Age brauchen, jeder Teil, ey. Das Ding, das hab ich auch rausgerüstert, aber ich komm gerade nicht an die Killsäger, um den Wichser zu zünden. Nein, 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 ich hab ihn, ich hab ihn in den Kopf gezählt. Ich bin so scheiße, ich hab's verkackt, Alter. Was ist das? Boah, ist der Server am laggen, Alter. Das, ja, ist klar, einmal, äh. weil sie kommen nicht ganz im raum drin ja bist schon tot hat er gespürt danke sehr für den druck ich lebe noch das war glück würde ich mal behaupten halte habe ich dem gegeben der ist an mir vorbeigelaufen black ops 2 ist echt ja im moment ja also für mich ist im moment echt schwer das stimmt wohl achte wir machen das anders wir gehen gleich auf diesen kinder wie heißt das kampftrainingserver da können wir spielen ach du scheiße spielst du gegen bots oder was ne spieler und bots also viertel viertel warte ohne party was in party mitnehmen so kommen wir suchen und kommt jetzt nicht mal gespannt das ist eigentlich ziemlich geil ja ja das weil dann hast du nicht diese spaß dies die dann so follower port spielen ja die hat man aber eigentlich immer überall alter prestigemarsch 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 da im spiel dran herzlichen glück manche auf dron habe ich keinen bock dass die mädchen mit rechert auf den sack so wir können jetzt hier alles noch ändern hier müsste ich hier das rein machen das wäre sehr sehr gut da können wir nie noch machen dort waren wir dann noch ein gewandtheit das bleibt daher stimme ich muss ja noch mal eine klasse dran da bleibt alles sind wir ja wenig immer vier leute ja aber dafür sind mehr bots drüben und dann passt die schmerz das rausgefunden der spaß geht standoff ist eigentlich ganz in Ordnung um nur dafür habe ich es habe ich gar keine war vor Ort doch die pdw habe ich mit gut warte auf spielerstatt das auch kommt leute macht mal hin ich hasse es mit langsames internet haben tja um prüfen das haben wir ja nix zu ja ne aber so mehr in mega langsames internet und dann müssen die alle leute warten mhm das ist mega lange immer internet das ist eine sache die kenne ich gut der kopf funktioniert nicht mehr ne bei dir nicht ne steht aber Windows hat wieder mal richtig all seine eier raus hingen lassen mash schon jetzt einfach nach noch mal weiter black ops 2 server sind scheiße endlich geht doch mal gucken was man jetzt reißen kann mmbuff okay was in gewahr oh ja die�oux sind aber schlecht die stehen glaube ich irgendwie niedriger das level von einem schlechtersten und so ne der geist das spiellevel von dem also für mich freut also ich freue mich darauf wird das wird jetzt eine leichtigkeit denkt ich nehme mal nicht so voll ich habe es gesehen wieder die rate in die fresse gekriegt die die sprengen in die fresse gekriegt dass man nichts sagen sollen würde ich gerade sagen der meint jetzt nichts sagen soll ich bin back in business und ich sehe nichts was ich sehe gerade gar nicht was hier abgeht ich bin hier kann tschüss nein verdammt ich laufe genau auf den zu ich glaube ich habe nicht gesehen das kann nicht sein oder wie überlebst du holen so das nein 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 ich hasse die mp7 ich hasse sie einfach du bist gerade drauf gegangen weil du aufs maul gekommen was von dem ja ich habe nachgeladen wieso bin ich jetzt gestorben wo der server hat gelegt ist wirklich gestorben ich liebe dieses spiel dafür der black ops 1 läuft besser als der scheiß hier aber was der spaß hier hat mich doch was zum namen an was zum teufel er spielt schon halb gegen botz oder wie auch immer ja und der verkürzt wurde gerade sagen ein ding was jetzt ist ja ein scheiß geschützt sie wurden gekickt wieso werde ich aus dem spiel gekickt das fragt mal jemand anderen das kann ich nicht sagen vor allem der server alter du hast eine 365er verbindung bei mir okay die anderen haben auch alle in der 100er noch was cool ist einfach ein scheiß server hat wieder jemand so wenig geld bezahlt nein 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 das sind ja bestimmt dann haben wir wieder so ein scheiß host du Hure wo mit einer wix mp7 mal da geht ihr doch einfach denn ich habe schon eine klasse der trotter die spaß ist ja genau alter steht auf der anderen seite der map geschützt denkst du denn was denkst du denn ist klar dass der geschützt steht ich seht ja ich habe ja techniker drauf auf meiner jetzigen klasse nein lauf da rein lauf da rein lauf da rein mann block b kill dieses mist stück ich habe double kill gemacht mit der typ 25 alter mit und die semmer alter nein du Hure stirb ich bin so gut mit der typ 25 ich bin richtig gut mit der typ 25 moment mal kurz ja war ja klar dass ich sterbe weil ich gerade nie aufs handy geguckt habe soll das habe ich gerade eine super waffe gehabt nein wieso guckst du aufs handy alda das ist echt nicht normal ja 10er killstreak was wie der wurd nicht gewertet ey komm was machst du denn da auf eine scheiße ich versuche die ganze zeit irgendwie auf so eine dämliche zweitwaffe zu wechseln aber irgendwie geht das nicht sollte das vielleicht umstellen das wäre dann typ 25 schneller schnell zielen das ist die beste methode um das ding aufzubauen wo ich mit den sammen im spiel kann das ist echt widerlich ja das spiel moment kannst du jetzt mal bitte sterben du fuhr ist widerlich aber naja komm mal da als ob das ding was bringt bei dir wie ja ist ey ich baller dem von hinten in die fresse ja von hinten in die fresse achso ja wusste nicht das geht das kann nicht sein hatte ich hab den die sammeln in die fresse geschmissen und er hat das noch überlebt und fuhr was was der server legge 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 oh hi wieso kämpfst du da in der ecke der bot hat gerade richtig hat seine lümmel ausgepackt macht er hier mal einen fetten dreierkirchen das ist so unnormal im echten leben hätte kein bein mehr gehabt dieses kackt ding nein mir hat ein bot eine sammeln in die fresse geschmissen hups wieso stehst du mit dem heben in der lade na das auch noch ein geschütze er leckt mich doch am arsch boah du bist so ein beinerter voller spaß boah haben wir aufs maul bekommen da kann nicht sein da kann es sich mal anstrengen ja witzig ist echt gut gesagt aber es ging eigentlich neun zu zehn ähm ja echt nicht die schwierigkeiten hier mal wieder ne zwölf zu äh zehn zu zwölf naja jetzt mal ganz im ernst alter nachhaltig schief mich gerade hart genatzt von dem spiel warum das hat mir die ganze zeit dafür in der teilen bäckig bäckig die bäckige wurden sind noch ein spiel oder an derzeit vor dem heisen muss ja erster besponnen kann ich mich immer spiel hier mal aufrund ihren zenten dann Machen wir eben Pause. Bis dann.